So die Mütigkeiten, was hier geschehen könnte, sollte er diese Latsche schaffen. Die braucht er jetzt erst einmal, um wieder in Führung zu gehen. Entweder keine Medaille im Stoßen und Silber im Zweikampf oder die derzeitige Führung. Sportkraft, der Ausstoß muss diesmal auch passen. Ja, den Unterwisch, diesen Versuch lässt nicht mehr los, 252 Kilogramm, dritte Derwertung, damit 462 Kilogramm seine Zweikampflast. Im letzten Jahr waren es ja noch 464 Kilogramm, 2009 gerissen, 255 gestoßen. Nur diese 3 Kilogramm weniger im Zweikampf, 462, reichen aber für die Führung, wir haben es gesagt. Jetzt zwingt er also Salemi Konanziabi auf mindestens 257 Kilogramm im dritten Versuch. Und das wird auch gerade bestätigt vom Einsprecher, 257, allerdings erst einmal für Loftjev. Denn er kommt von der kleineren Last, er kommt von 250 Kilogramm. Salemi Konanziabi von 251. Ja, jedenfalls jetzt muss ich michشellen, wo ich wieder in CO2-C General verstehe, um gerade jetzt das Haus zu Monte Amen. Deine Frau, das ist das K acá, der Master ist ja ...